... bei uns hier in Halle 7, sondern der nächste Programmpunkt, der wird von Monster Energy Drink ebenso präsentiert hier bei uns in der Arena. Das ist in wenigen Minuten die Monster Drift Challenge. Ich hab's gesehen, ich kenne mich ein wenig aus, aber es gibt einen Menschen, der klingt sich da viel, viel besser aus. Außerdem ist der Künstler klingt nämlich den ganzen Tag nicht anders als Monster Energy Drink, der permanenter Sprecher. Ich freue mich. Danke dir. Servus wissen, seid ihr mit, kommt der Wort auf die Monster Energy Drink Show. Lass mal was hören. Schön, dass ihr alle da seid. So, wir freuen uns jetzt auf Roman Kearney, wie Gott sie mal an das Toyo no Sora, unser famous Irish Report, dich gefolgt. YouTube ist sicherlich chel specific. Ja und wann reden sie nicht, ist sicherlich. Ja und du gucken d Drehrlehr the shit at 7 oder 3 also. Zurufe das Bad, wieder Tell me it sí. Ich giro Bueno. Ich��는 die Monster Energy Drink Show. Oh...! Ein zu testen! ensich". Nur eine große функion auf den ersten inversem similarly. Es gibt den CC cara aus Mariko, der rateiert sie auch ein berwinst, Vielen Dank. 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 Vielen Dank.